Volle Power trotz Einspeisebegrenzung mit Fronius. An manchen Tagen entsteht besonders viel erneuerbare Energie gleichzeitig. Um diese bestmöglich zu nutzen, müssen Netzbetreiber die Stromflüsse klug lenken. Manchmal wird deshalb eine Einspeisebegrenzung festgelegt. Sie schützt das Netz, bremst aber ihre PV-Anlage. Ein Teil ihrer Sonnenenergie geht somit verloren. Ein neues Feature des Fronius Energiekostenassistenten schafft hier Abhilfe. Es analysiert Wetterdaten, den Energieverbrauch sowie den Ladestand der Batterie. Den gewonnenen Daten beugt der Energiekostenassistent Ertragsverlusten durch Einspeisebegrenzungen vor. Ist sonniges Wetter zu erwarten, reserviert das Feature rechtzeitig genug Kapazität im Energiespeicher für den selbst erzeugten Solarstrom. Auf diese Weise fließt in den sonnenreichen Stunden mehr Solarstrom von ihrem Dach in die Batterie, anstatt ungenutzt verloren zu gehen. Das lohnt sich nicht nur wirtschaftlich, sondern schont langfristig auch das Netz. Mit unserem Energiekostenassistenten sind sie gegen Einspeisebegrenzungen gewappnet und schöpfen immer das volle Potenzial ihrer PV-Anlage aus. Sie können das Feature jederzeit ganz einfach in ihrem Solar-Web-Premium-Konto aktivieren.